It's your boy, Skinny Pee! Haha, der hat gar keinen Hals! Ja, ich hab was Grünes an. Und ich möchte mich jetzt noch nicht umziehen, so ist es halt im Leben. Top 10! Äh... Legen wir los. Das Ganze natürlich wieder in Kooperation mit... Skinny Baroni, Pepperoni. Guckst du dir auf. Unseren Partner, ihr kennt die Barönchen mittlerweile. Viele von euch sind da am Start. Da kann man Skins schön verkaufen und, wenn man schön guckt, auch richtig dicke Schnäppchen einkaufen. Hier nochmal als Tipp die Schlüssel, ne? Guck mal. Da merkst du was. Kannst du sparen. Mhm. Gehen wir erstmal zum 10. Platz. Und zwar, äh, hier Tech-9. Ja? Da haben wir die Tech-9 Sandstorm. Schau sie dir an. Da gibt's auch ein Pattern, das irgendwie voll viel wert ist. Ich weiß aber nicht welches. Kätzchen, was machst du jetzt hier? Welche Waffe gefällt dir so? Spreng dich um. Okay. Wie gesagt, 10. Platz, Tech-9 Sandstorm. Wie sieht denn der Preis aus mit dem Teil? Ja. Ja, okay. Okay, mhm. Ähm, okay. Ha! Ähm, okay. 69 Cent in Städterini und super Mackenfrei. Ajo, guck mal da. Ajo. Platz Nummer 9. Nuclear Threat. Ein Ding war sicherlich klar, dass die bei mir zumindest irgendwo in der Top 10 auftaucht. Weil halt grün meine Schamunkelfarbe ist, ja. Ich will eine Waffe, die komplett in so einem Neongrün ist. Die einfach leuchtet. Dass jeder feind dich sieht. Egal, wo du stehst. An sich ist die ja wirklich nicht besonders, wenn diese grünen Zeichen dich drauf ändern. Wäre die einfach nur ranzig. Und der Preis, ist der auch ranzig? Ja. Ist er. Das war's. Das ist schon alles. Okay. Die Tech-9 Isaac liegt auf dem Platz Nummer 8. Schaut sie euch an. Ich weiß, wir haben ja viele Rot-Liebhaber in der Community. Die dann auch immer wieder sagen, hey, du machst die Roten. Es geht immer raus. Oder schlecht. Mir gefällt halt Rot schlicht und ergreifend nicht so gut. Wobei ich diese Kombi ganz gut finde. Es würde mir gefallen, oder noch besser gefallen, wenn die restliche Waffe ganz schwarz wäre. Weil so ein richtig dunkles Schwarz und Rot sieht halt nochmal ein bisschen besser aus. Der Preis hier sieht auch ganz gut aus. Also bei den Wäffelchen, da kann man eigentlich für SteadyTrack 42 Cent in Kacke nicht sagen. Wie sieht's hier aus mit sehr gut? Okay, okay. 4 Euro, 1 Euro, 48 Cent, 48 Cent in Minimalware. Da kann man wahrscheinlich recht easy peasy mal zuschlagen, würde ich sagen. Ja, das ist das unterste, glaube ich. Ah, 45 Cent in Minimalware. Hier, Schneppel gefunden. Überleg mal, wo bekommst du für so wenig Geld? So, waff. Glück mich nicht auch. Ich kenne euch doch egal. Und er sucht jetzt verzweifelt nach einem Angebot, das günstig ist. Er stellt selbst ein Best-Team für 44 Cent. Neuer Platz. Ähm, Jambi, Bambi. Bios Appa, Leia. Uh. Platz Nummer 7. Chambi. Sexy Teil, ein bisschen kaputt eigentlich. Ist das hier nicht in den FN? Hä? Gut, äh, da ist halt auch genobbt. Schwierig. Von weiter weg nicht großartig besonders, aber von Namen dann doch, äh, Snoopy. Ja. Und über den Preis kannst du auch nicht meckern. 5 Cent, 18 Cent, 20 Cent, okay, 6 Cent. Äh, Hardcore. Und da kommen wir auch schon auf Platz 6. Da steht bei mir die Re-Entry. Wir kommen schon in so einen sehr schicken Bereich. Ja, so, die ist, die ist edel. Die ist krass. Sie hat zwar nur oben den Skin drauf auf dem, auf dem Barrel, äh, auf dem oberen Ding halt, ne. Ähm, und unten jetzt eher nicht so. Was es schon etwas schade macht. Ja, aber trotzdem, geiles Ding. Guck mal, die Flammen. Meine Güte. Mit der machst du grundsätzlich die Entry-Frax. Schön reinrennen und zack. Auch der Preis lässt sich die Entry-mäßig sehen. Hm, 87 Cent in FN. Ist schon mal was anderes wie, äh, 1,02 Euro in FN. Die Bambuse liegt auf meinem fünften Platz und die kannte ich davor irgendwie gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob die damals schon, äh, vorhanden war, als ich das letzte Top Ten gemacht habe, vor zwei Jahren. Ähm, ja. Ich glaube, die ist noch recht neu. Die ist sehr cool ausgearbeitet. Das wirkt wirklich wie ein Bambusrohr. Oder wie aus Bambus eben gemacht. Guck mal hier, die, äh, Melierung. Die Melange. Melusine. Ich glaube, die muss man auch mal richtig in der Hand haben, um das Feeling zu haben von dem Holz. Beim Preis habe ich auf jeden Fall ein Feeling, ne. 34, 34. Die ist auf jeden Fall erreichbar. Aber gut, Minimalwert 10 Euro. Äh, das ist irgendwie krass. Wobei sie halt auch gut aussieht. Also. Wo wir wieder bei der Farbpriorisierung wären. Für mich als grünen Liebhaber ist die Waffe natürlich schick. Aber jemand, der halt gerne rot und, was weiß ich, äh, Gold oder sowas mag, für den ist es halt eher nichts. Wahrscheinlich, oder? Geht Gold mit Grün? Weht ich nicht. Aber ich sage euch eins, der Bubble-Dollar, der geht mit allem. Ich habe mich echt schick gemacht, oder? Hauptkommen. Damit müsste man bei Skinball und einkaufen können mit Bubble-Dollar. Das wäre sick. Kommen wir nun zum Platz Nummer 4. Da haben wir die Avalanche. Sehr edel, oder? Sehr, sehr edel. Da kann man auch gerne mal ein Berg mit Runterbrettern mit dem Teil. Voll dynamisch, spritzig. Ah. Sch. Gut. Die war, glaube ich, auch bei meiner letzten Top 10. Recht weit oben. Die Avalanche. Auch der Preis war eigentlich in Ordnung. Warte mal, ich gehe direkt mal auf günstigste. Ein Euro ist günstigste, okay. Ah, gibt es eh nicht vieles. Überschaubar. Ein Euro 30 mit Steady. Ja, ist noch vollkommen machbar, ne? Die ist ja vorne so ein bisschen angekrebelt. Äh, und halt wie üblich da hinten und hier, aber sonst super Ding. Ich gebe euch hier wieder eine kleine Hilfestellung. Was glaubt ihr wohl, was noch auf meinen ersten drei Plätzen ist? Die gibt es noch alle. Ich denke, ein Skin wird euch so ein bisschen überraschen, aber der Rest eher nicht. Und natürlich könnt ihr mir auch wie immer eure Top 10, Top 3, Top 5, Top 1 schreiben, gell? Platz Nummer 3. Da habe ich die Techline Fuel Injector mit zwei Stickern. So. Die gute alte Fuel Injector. Guck mal da. Da hinten mit einem Rücklicht. Edel. Die wirkt irgendwie so ein Paintball-Markierer. Also jetzt speziell mit dem Skin drauf. Infrarot gesattelter Lurker. Schön mit Stuck ausgearbeitet, ja? Und der Preis, meine Herren. Kann sich jetzt nur so mittelmäßig sehen lassen. Ähm, wir schauen mal jetzt noch. Ich würde sagen, 2,40 sind wahrscheinlich noch, äh, äh, machbar. Aber 13,40 finde ich schon fast ein bisschen crikey. Wir gucken mal rein. Vollkommen zufriedenstellend, oder? Jetzt gucken wir mal auf die Schlechteste. Also was ist das Schlechteste? Äh, günstigste halt. Guck mal. Guck mal. Vollkommen machbar, oder? Ich sehe gar keinen Unterschied zu der, zu der Faktor-Menü. Mein Link ist übrigens in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar ganz oben angepinnt. Über diesen Link oder mit meinem Code, den man am Anfang gesehen hat, kann man sich das erste Mal bei Skinbaron anmelden. Sofern man noch nicht angemeldet war. Es geht wirklich um die Erstanmeldung. Und dann weiß Skinbaron eben, dass ihr über mich reingekommen seid. Und dann bekommen wir Vergünstigungen. Also, ne, wir kriegen immer wieder Sachen geschenkt, die ich euch dann vergiff und so weiter und so fort. Je mehr wir sind, desto besser sind wir bei Skinbaron gelistet. Plätzen mal zwei. Merkt ihr gerade mal was, oder? Ja, ja, ja. Ist die nicht geil? Die Totenköpfe, die Farbwahl und so weiter. Es wirkt halt so etwas leicht, pastellig oder so. Ich muss auch, keine Ahnung, wie es heißt. Es ist halt einfach etwas dezenter, aber dennoch edel. Ich weiß gar nicht, ob ich den, ob ich den hab. Hab ich, glaube ich, gar nicht, ne. Könnte am Preis liegen, denn. Passt auf, haltet euch fest, was die Waffe mitunter kosten kann. 100 Euro, alter, voll. Wer ist da drauf? Fnatic, Dreamhack, oh, äh, Dreamhack. Ich lese hier ein O. Olofmeister. Olof, hm, heißt Olofmeister, oder? Ich denke, die hat dann wirklich einen emotionalen Wert, also mit diesen Stickern, ne. Aber sonst ist da ja nichts anderes dran an dem Teil. Platz Nummer 1. Obacht, guckt euch dieses Prachtstück an. Die Remote Control ist auf meinem ersten Platz. Die habe ich noch nie gesehen. Die habe ich heute das erste Mal gesehen, als ich die Liste erstellt habe. Ist wahrscheinlich ein ganz neues Teil. Wirkt voll Future-mäßig, aber auch nicht so Neu-Future-mäßig, sondern so ein bisschen, äh, 70er-Jahre-Film-Future-mäßig. Da macht einfach das Gesamtpaket den Platz aus. Aber kann dieser erste Platz auch im Preis bestechen? Ich fühle mich nicht wirklich bestochen. 30 Euro, hm, 15, 14, 22, 7. Wie sieht die aus? Ist hier ein bisschen zerdeppert. Da oben, wahrscheinlich wie immer hier, ja, da ein bisschen aufgekratzt und sowas. Geht, geht. Also, der Skin sieht auch nicht schlecht aus, wenn er so ein bisschen angescheppert ist. Ja, ja, komm. Ich fliege noch ein bisschen. Ohne Schul wäre es besser. Das T-Shirt hat wirklich genau den gleichen Grünton wie der Greenscreen. Das habe ich eigentlich auch so gut wie nie an. Aber heute habe ich es halt auch aufgezogen. Es lag ganz oben auf dem Stapel. Und da ich ein typischer Mann bin und nicht gucke, was ich nehme, sondern einfach immer vom obersten Stapel nehme, aus meinem Wäsche-Berg-Schrank, je nachdem, wie sich es gerade so auffällt, die Wäsche, habe ich halt einfach nur sowas auch. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch für eure Kommentare. Ihr wisst, es gibt wie immer irgendwas, irgendeinen Skin für irgendjemanden, der halt am Kommentieren ist, so wie unter jedem Video. Ihr seid so krank. Und natürlich auch wieder vielen Dank für eure Likes. Ja, am Wochenende habe ich jetzt nichts gemacht, weil wir halt das Wochenende nicht da waren. Ich habe jetzt einen riesigen, riesigen Workload. Alleine schon wegen den ganzen Postkarten an euch. Ach, jetzt wird wieder ausgekiht. Soweit, so gut. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ciao. 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 Ciao.